Manche ihr Nase, die brauchen Ries, Kokain Andere, die schniffeln an Uhu und Autobenzin Ich, ich es lieb schon, ich schmecke, das sind jetzt kein Fats An magig Gewerz Manche verschwingen ihr Herz an ne schneidiger Gold Andere, die leben zusammen im Rudel mit Woll Manche sind nervische Flatex und sechs in der Krupp Ich brauch nur Magie an meiner Suppe Oh ja Ich und mein Magie, ich und mein Magie Magie-Magie, Magie-Magie Frauen, das gelieb ist ein Robo, das ist hier Sag ich, ich schmecke, das ist ein Magie-Magie Und froh nicht viel Manche, die blanzen im Garten, ihr Eichnis-Gebis Andere, die handen vom Grundstück, ey, im Faridies Manche, die handen sich ins Haus von mir, leider angebaut Ich blanze Magie-Kraut Oh ja Manche verbrachten ihr Feliahhn with sommt und ich historic Hmm, ich bin ziemlich weit weg von der Hände im Knowledge Zwei mo' hat meins mich gewaltsam ins Hausland geschleppt Es erste und letzte mo', weißt du, okay, mag ich, ey Ich und mein Maggi, ich und mein Maggi Maggi, Maggi, Maggi Traunes geliebtes Around Alexei Seit ich dich schmecken kann, neig ich an Maggi, Maggi Und vorne ist wie, come on, Nimo, ey Mei, ich und mein Maggi Ja, schon mein Frühstück, dann sing ich dich, oh, es macht knack. Bei meinem Frühstückseit gab's nur den richtigen Geschmack. Rätchen, jetzt seh ich mir die Sinne genuss, wenn man Schuss von meinem Mann geht. Um uns vom Schloss zu gehen, hol ich noch schnelle paar Tropfen. Oh, aus meinem Fläschchen, den braunen, knallrote Stoppe. Maggi, das helft dir, wenn ich dir das Sauna beim Schmuse. Trüppchen auf ne Buse. Genau, hey. Dies ist mein Maggi, dies ist mein Maggi, Maggi, Maggi. Traunens geliebt ist all andere, ich siehe, es heilig die Schmette, Traunens geliebt ist all andere, ich hab Maggi, Maggi, Maggi und Trommelstin. Ich hab's probiert, das Maggi, saugut. Trotzdem möchte ich's zurückgeben, denn ich hab gehört, es macht süchtig. Das ist richtig, das ist richtig. Und es ist eine Million. Es kann eine Million, und wenn Sie jetzt nicht mehr ohne die Musik können, von Roger Wack, also diese CD kann man kaufen, gell? Die kann man kaufen, ja. Und die heißt Roger Wack, und die heißt Maggi, Maggi, grüße aus dem Saarland. Also, wunderschönes Weihnachtsgeschenk, wenn's ein bisschen verspätet kommt, vielleicht hat man noch was vergessen. Bis nächstes erreicht er noch, ah, und dann hört man sie schon ein bisschen vorher. Jetzt hören wir das Lied über Deins. Über Meins, genau, die Liebesgeschichte über Meins. Das passt ganz gut, glaube ich, in die Vor-Fasnachtszeit, das hier ist nämlich Meins bleibt Meins. Oh, und ich... Wies singt und lacht. Habt ihr für die Fasnachts, nehme ich mal, habt ihr sicher schon, seid ihr ausgebucht, oder? Nein, das ist anders, wie in Köln bei uns, wir sind also keine Fasnachtsband, wir machen das ernsthaft. Aber ihr macht's auch ernsthaft? Fasnacht weniger. Echt? Schauen wir uns, wie oft wird immer gehabt, aber dann Solo, wäre sogar Kappelsitzung, aber... Ich weiß, ich denke, das wär doch was, oder? Aber wir hören jetzt mal Meins bei Meins, und vielleicht läuft's dann. Vielleicht läuft's dann, genau. Eins bei Meins. Eins bei Meins, Grieß singt und lacht. Wenn's da bei uns ab und zu voll macht. Ich glaube, dass wir uns herzlich sehen. Oh, wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Seit wir uns kennen, du weh'n sich genau. Du bist für mich absolut die richtig Frau. Ich mag dein Gesicht und ich mag deine Figur. Ich mag dich im Moll und im Duh. Oh, oh, oh. Meins bleibt meins, Grieß singt und lacht. Wenn's da bei uns ab und zu voll macht. Ich glaube, dass wir uns herzlich sehen. Oh, wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Wenn du mir vor bist, dann fehlt's dir mal so. Und erst wenn du sie kommst, bin ich wieder froh. Ich mag dein Gesicht und ich mag deine Figur. Ich mag dich im Moll und im Duh. Oh, oh. Meins war Meins, Grieß singt und lacht. Wenn's da bei uns ab und zu voll macht. Ich glaube, dass wir uns herzlich sehen. Oh, oh, oh. Und wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Das wir uns brauchen, das ist Sonne klar. Ich weiß nicht, wie das wohl ohne dich war. Ich mag mein eigenes Lied und ich mag deine Dur. Ich mag dich im Moll und im Duh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Meins bleibt Meins, Grieß singt und lacht. Wenn's da bei uns ab und zu voll macht. Ich glaube, dass wir uns herzlich sehen. Oh, oh, oh. Wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Und wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Und wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Meins bleibt Meins, Grieß singt und lacht. Wenn's da bei uns ab und zu voll macht. Ich glaube, dass wir uns ertrennlich sehen. Und wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Und wir gehen zusammen durch Stück und durch Stück. Das war die Musikzeit für heute. Roger Back und seine Mundart-Band war da im Studio. Und das ist das Schöne bei einer Live-Sendung. Man kriegt gleich Reaktionen. Da hat jemand gesagt, ja, und wo ist die CD? Wie sieht die dann aus? Können wir sie so zeigen? Ah, jetzt hatte ich meinen dummen Maggi-Finger drüber. So. Maggi, Mani von Roger Back und seiner Mundart-Band. Und die kann man karen und die kann man hören. Und wo kann man euch sehen? Man kann uns sehen auf verschiedene Konzerte. Wir machen Stadtfeste. Wir machen Solo-Konzerte. Da muss man ein bisschen die Presse gucken. Wenn was kommt, dann machen wir Fernsehen gelegentlich. Und sehen allein reicht nicht. Man muss sich nicht hören. So. Kriegt man überall bei Karstadt und so weiter. Kriegt man überall bei Karstadt und so weiter. Gut. Okay. So meine Damen und Herren. Das war's also mit der Musikzeit für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es weiter. Da kommt das Ensemble am 4. Januar. Ensemble A Cappella. Und ich bin mal gespannt, was die so für Instrumente mitbringen. War jetzt ein bisschen blöd, gell? Gut. Egal. Wir haben immer ein Silvester und da ist die Stimmung etwas ausgelassener. Und da bleibt man auch ein bisschen länger auf. Und also geht man später schlafen. Das heißt, man schläft dann etwas länger und dann muss man irgendwann brunchen. Also Frühstück und Mittagessen zusammenlegen. Und dafür wollen wir Ihnen jetzt ein paar Tipps geben. Und das macht kein anderer als Johann Lafer. Und er bereitet Ihnen zu, ich muss mal kurz schlucken, weil das natürlich sofort anregt, Sauerkrautspeckknödeln mit Leberwurst und marinierten Gurkenspaghetti. Ich glaube, das kann man nur essen, wenn man schon einen Kater hat. Und dann gibt es noch jemanden aus Kerpen, also aus Schumi-Town, der serviert zu einer marinierten Entenbrust einen Rotkohl-Früchtesalat. Und einen Getränke-Tipp gibt es auch. Und wir wissen auch, was man macht. Man soll immer mit dem Getränk anfangen mit dem Aufbruch. Ganz genau. Ja, dann gucken wir mal, was wollen darf er dazu sein.